Hallo, Martin Meta hier. Willkommen auf meinem Kanal. Hier geht es vor allem um die wissenschaftliche kritische Betrachtung des Dualismus, das heißt der mittelalterlichen Vorstellung, dass Geist und Körper getrennte Dinge seien. Zu diesen und anderen Themen wird es in unregelmäßigen Abständen neue Videos geben. Die Videos sind kurz gehalten, etwa fünf bis zehn Minuten und enthalten nur die wichtigsten Argumente. Da bleibt keine Zeit, um jedes denkbare Gegenargument zu besprechen. Wer sich umfassender informieren will, sollte unbedingt mein Buch lesen. Es heißt die Befreiung des Denkens und ist erschienen im Tectum Verlag. Die Videos auf diesem Kanal sind eigentlich nur eine Ergänzung zum Buch, zum Beispiel mit Updates zu aktuellen Studien, die mir beim Verfassen noch nicht vorgelegen hatten, oder mit Überlegungen, dem Buch zu sehr abgelenkt hätten. Das ist auch ein wichtiger Grund, warum Kommentare auf diesem Kanal deaktiviert sind. Als der Kanal neu war, hatte ich Kommentare über ein Jahr lang zugelassen. Und bei fast jedem kritischen Kommentar dachte ich nur, hättest du das Buch gelesen, würdest du diese Frage nicht stellen. Nun ist es leider nicht machbar, den kompletten Inhalt eines ganzen Buchs in einer kurzen Antwort auf einen Kommentar unterzubringen. Die Alternative wäre gewesen, auf fast jeden Kommentar dieselbe Antwort zu geben, nämlich lies erstmal das Buch, dann können wir auf dem gleichen Niveau diskutieren. Deshalb habe ich die Kommentare schließlich gesperrt. Ich bitte um Verständnis. Falls ihr das Buch nicht gelesen habt, hoffe ich, dass euch die Videos trotzdem den einen oder anderen Denkanstoß geben können. Danke für eure Aufmerksamkeit.